Guten Morgen, lieber Zuschauer. Ich komme gerade aus der Dusche und eigentlich wollten wir wohin fahren, um Jessica das Nilpferd zu sehen. Und jetzt hat man mir gesagt, das wird erst am Samstag gemacht. Jetzt bin ich wieder ins Bett gekommen. Du siehst, ich habe noch mein Handtuch um mich, um meine morgendliche Papaya zu essen und schau, was auch mit mir Papaya essen will. Also Papaya ist sehr gesund, das freut mich, aber wie mein Bett ausschaut, ist eine Katastrophe. Oh, jetzt rennen sie weg, weil sie irgendwas verdächtigt haben. Ah, noch nicht ganz. Da, Papaya ist wieder interessant. Und so beginnt fast täglich mein Tag. Also wie du siehst, nicht sehr stressgeladen. Nur also viele hungrige Hunde um mich. Also danke fürs Zuschauen.